Das ist der allererste Uniflash von diesem Semester. Hallo zusammen! Unicam ist zurück aus den Ferien und heute ist auch der Erstsemestertag. Und für das haben wir etwas Kleines vorbereitet. Also, was ist besser als ein kleines Spiel von Aktion und Wahrheit, um die neue Studierenden zu kennen zu können? Ja, die ersten Opfer haben wir jetzt schon gefunden. Wie heisst ihr? Bruna. Grazie. Also schreien laut, ich heisse dein Name und ich bin ein Esel. Ja. Ich heisse Bruna und ich bin ein Esel. Ich heisse Deona und ich bin ein Esel! Aha! Wo hast du dein erstes Baiser gesehen? Das war... ein Roman. Nach der primär Schule mit einer Frau, die sich Marine nennen. Du hast welchen Alter? Ich hatte 11 Jahre. Oh! Ohlala, ok! Du bist ein Ruhiger! Du bist ein Ruhiger! Du bist ein Ruhiger! Du musst einen Star heiraten. Wen? Ja, ein guter Filmstar. Sagen wir mal... Jennifer Lawrence. Et moi, je dois faire le plus de ponts par 30 Sekunden. 30 Sekunden! Bravo! Bravo! Yes! Oh nein! Guten Tag! Guten Tag! Du darfst sie schon ein Zettel ziehen. Ok. Also, küsse die andersgeschlechtliche Person, die als erstes rechts von dir kommt. Also, ich glaube, das bist du. Ja. Das bist du. Merci vielmal! Nein. Was steht drauf? Ich soll mein Lieblingslied vorsingen. Nur mal ganz kurz. Du kannst auch noch Angst ziehen. Ich singe so Scheisse! Was war der größte Fehler deines Lebens? Ich glaube, alle Fehler, die ich gemacht habe, sind Erfahrungen. Das war tief. Das war tief. Das ist die beste Blague, die drölle, die du kennst. Du kannst riechen. Ich habe eine gute Blague. Aber es ist eine Situation, die mir in Friglis gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wir haben einen großen Toboggan in Fribourg. Ich bin hier alle zwei Jahre alt. Ah, super! Und ich war dort. Okay. Und das Problem ist, dass man mit der Blague. Sauf dass ich, malheureusement, aus der Blague. Ich bin auf der Erde. Und ich habe meinen Maillot krachet. Oh nein! Der schönste Tag des Jahres geht ein wenig zent. Aber wir von Unicam sind bereits wieder voll parat. Und haben sehr viele interessante Themen für euch. Und auf diese bellen Parole wünschen wir die Bienvenue aux Nouveaux Etudiants. Und wir freuen uns auf euch, den Lund und den Jeudem, in unseren Uniflash. Tschüss zusammen! A bientôt! Wir sind nicht politisch korrekt. Du darfst alles sagen hier. Hallo Valentina, wie weisst du? Ja, hoher Besuch bei Unicam. Der Präsident Unimix ist hier. Oh! Buena! Yeah! Ha 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 ha!